Aber die riecht schon mal gut. Ja. Wir sind jetzt überall durchgelaufen. Da lang. Habe ich da hinten schon geguckt? Ach, ich weiß es nicht. Da kommt man nicht weiter. Gut. Da komme ich mir zurecht. Da waren wir auch schon. Die haben wir gekillt. Hoppla. So, das ist alles richtig. Gut. Den hatten wir auch. Den haben wir auch. Das haben wir auch. Aber nur noch da oben die. Da hinten die. Aber hier gibt es noch was runter. Ach, das ist der Ausgang. Okay, dann müssen wir noch nicht hin. So. Falsche Waffe. Die dann. Das ist der Ausgang. Was denkst du dich da, Palaz? Störe dich nicht an mir. Was? 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 Was ist das da oben? Nee! Auf die U-Boot-Matrosen zu ballern war keine gute Idee. Warum? Sollt ihr einen neuen Boss haben, den Kater? Ich hab mich umgehört. Er ist nicht zum ersten Mal in Vladivostok und die Leute erinnern sich an ihn. Na und? Scheiße! Ich bin so müde! 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 Das ist in der Falle! Entweder wir schießen nicht, oder uns mal ohne Verständnis. Ja, so lange und es war es dann. Also, was du besser auch? Glaub mir! Die Linder, hier ist diese... diese Selbrüche. Könnt ihr die... die Produkte... Wie kommt die Produkte überhaupt überleben? Ich wollte dir anstehen und jetzt hast du was aus. Jetzt krieg die Tür auf! Ich hab keine Ahnung! Ach! Ed, Sam here! Ich hab die Anzüge! Großartig, Sam! Wir treffen uns im Hauptquartier. Verstanden? Korosho, am Hauptquartier. Sam, Ende. Aber eigentlich möchte ich wieder zurück meine ganzen Sachen holen, die da hinten sind. Drei Schuss. Drei Schuss. Gott. Oh! Mach das Licht an! So, was brauchen wir denn? Munition brauchen wir. Ähm... Da hin, da hin. Die Kleine brauchen wir. Und der Großen haben wir genug von der Brandmunition. Würde ich erstmal Abstand nehmen. Die Kleine ist immer ganz geil. Weil die so schön leise ist. Nozisverborste schreibt was, um eine bescheuerte Diskussion an den Sitze zu setzen. Alles klar. Da haben wir doch eben schon reingeguckt. Jetzt nochmal. Auch gut. Ah! Oh! Seesam! Öffne dich! Wo wurde er runter? also die tür scheint ja oft zu sein jetzt naja die treten immer noch die treten immer noch ich habe keine luste Da ist er! Da oben! Er will zur Seilrutsche! Alter! Stoppt ihn! Da ist der Scheinehund! Ich denke wieder was Schickes Neues! Er schießt ihn, schießt! Du bist abgestillt wie ein Fisch, Arschloch! Fisch! Schick! 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 Noch höher? Achso. Eigentlich hab ich keinen Bock darüber. Ich möchte hier nochmal zurück. Die ganzen Sachen noch holen. 11.5. Ich komm hier echt nicht drüber, gell? Und hopp. Doch. Au. Au. Ist doch doof. Ist mal einmal wieder zu schnell gelaufen. Ja, ja. Ach du Scheiße. Ach du siehst. Ach du es. Ach du siehst. Ach du siehst. Ach du siehst. Was ist das? wie oft sind wir jetzt hier schon drauf gegangen alter schwede wo rechts von uns ich sehe es ja nicht manne komm ich hatte okay hat nicht funktioniert aber nicht funktioniert jetzt da hätte ich nicht gedacht dass sie da ist alle spinnen da falsch wieder ins wasser nein wo oh guckt mal genau in den stream ich sehe sie jetzt wir sind fünfmal 20 mal dran vorbeigelaufen wenn ich es euch zeige dann sagt ihr die anzeige auf der uhr stimmt nicht überein mit dem was wir eigentlich sehen also ich gehe davon aus dass die da wo es jetzt leuchtet das ist ja genau auf drei uhr sag ich mal das heißt also rechts von uns das wäre also teo praktisch da jetzt zeigt sie vor uns jetzt zeigt sie wieder rechts von uns zeigt sie wieder vor uns ich deute die uhr die ganze zeit falsch dass der grad unser radios unsere sichtfeld das heißt also auch genau geradeaus ist sie und ich wenn wir gucken jetzt direkt geradeaus drauf das heißt also die uhr zeigt uns komplett falsch an er wirst du wahnsinnig bei kein wunder ist mir ständig rein latschen guck mal die sieht man nämlich überhaupt blödes ding na komm das ist wohl das ende vom lied der verkackte fledermonster was das verkackte fledermonster erwartet kaum hatte ich den knopf den kopf rausgeschickt kam das ding aus den bäumen angeschlossen ja 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 so was brauche denn waffe was hast du das jetzt wieder kennen gelernt das haben wir das ist die die hat mir doch nein das ist neu dazu gekommen wir haben aber so mehr stabilität muss auch mal hier weniger stabilität aber dafür haben wir fünf patronen drin das ist cool so da haben wir die können wir eigentlich zerlegen brand munition würde ich gerne bauen das war schon neun stück war nicht gerade viel wo sind wir denn zu hause alles klar also wir könnten jetzt so am ufer entlang latschen aber wie ich das spiel gerade kenne dürfen wir nicht wir müssen also da genau weil wir hier nämlich nicht weiter kommen ja was ist das net Das war's für heute. Ow! Ouch! Neun Schuss mehr haben wir davon nicht. Wow! Ah! 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 Ach! Soll ich denn gegen die vorgehen? Gar nicht! Ah! Ah! Achtung! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das müssen wir wohl durch.